Hey und willkommen, ich bin Stellandry und begrüße euch zu einer kleinen Ankündigung. Und zwar streamt morgen der Nordjungen 1887 und ich würde ihn gerne unterstützen, indem ich dieses kleine Video hier aufnehme. Und zwar schaut morgen alle bei ihm vorbei. Ja, ist nämlich momentan sehr niedergeschlagen, weil aus seiner Sicht läuft es nicht so. Und ich möchte halt helfen und ihm halt unterstützen. Und daher, so jeder, der dieses Video sieht, möchte mal bitte morgen dann in der angegebenen Uhrzeit gleich in dem nachfolgenden Video bei ihm vorbeischauen. Und ihn unterstützen halt einfach nur. Er hat mich jetzt hier nicht um dieses Video gebeten. Ich mache das komplett freiwillig. Das ist komplett auf meinem Mist gewachsen, soll man sagen. Und ja. Unten links, hier könnt ihr auf sein Bild klicken. Nordjungen 1887, dann gelangt ihr zu seinem Kanal und ihr habt ihr sowieso alles angegeben. Und dann habt ihr nochmal alles, was ich von ihm gefunden habe, in der Videobeschreibung. Und ja. Schaut einfach rein. Bis gleich. Bis morgen. Oder wann ihr dieses Video guckt. Ciao. Ihr habt wirklich gedacht, dass ich nicht wiederkomme. Ihr habt wirklich gedacht, dass ich ohne Veränderung wiederkomme. Ihr habt wirklich gedacht, dass ich so lange wegbleibe. Ihr habt wirklich gedacht, dass ich aufgebe. Ihr habt wirklich gedacht, dass mir keine Ideen einfallen. Ihr habt wirklich gedacht, dass die Community mir egal ist. Dann habt ihr hier eure Antworten. Ja, meine Damen und Herren, der Nordjungen 1887 ist wieder am Start am 15.05.2015 um 17 Uhr. Also um 5 Uhr starten wir mit der Wiedergeburt. Ihr habt eben in den Schnitzeln schon ein paar Ausschnitte gesehen. Das sind ein paar Ideen gewesen, die mir so eingefallen sind. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich habe richtig Bock drauf. Wir sehen uns am 15.05.2017. Schaltet ein, das dürft ihr nicht verpassen. Bis dahin, Dankeschön, auf Wiedersehen und Bye-Bye.